Gute Trennung, wir haben uns für deine Hande, wir haben uns für deine Hande, wir sind eine gute Hande, gute Hande, gute Hande, gute Hande, gute Hande! Ich begrüße ganz herzlich im Museumszenten Staatsministerin Frau Prof. Dr. Kiechle und es freue mich sehr, dass Sie als Chefin aller Museen in Bayern hier bei uns im Museumszelt heute anzapfen. Das ist mir eine sehr, sehr große Ehre. Ja, lieber Frau Häckle, vielen Dank. Es ist mir eine große Ehre, denn wo sollte eine bayerische Kunstministerin anders auzapfen als im Museumszelt? Als Sie mich gefragt haben, habe ich sofort gesagt, ich freue mich. Sie werden wahrscheinlich was zu lachen haben, denn es ist meine Premiere. Okay. Okay. Bravo, bravo, bravo. Auf der Friedlichen Wiesn 2018. Ein bisschen gespritzt hat es aber. Das mögen wir. Das ist der erste, der hätte schon gesessen. Wenn Sie mögen, dann geht es. Super. Super.